Hallo Leute, hier ist wieder euer Reaper und heute gibt es wieder ein neues Video zu dem Zombie-Modus von Call of Duty World War II und genauer gesagt soll es in diesem Video um das neue Winter-Event, welches gestern gestartet ist, gehen. Und zwar ist dieses neue Event ein kostenloses Event, welches von Call of Duty in das Spiel eingebracht wurde und was wahrscheinlich die meisten, die eben Call of Duty zur Zeit spielen, vielleicht schon mitbekommen haben. Und zwar gibt es bei diesem Winter-Event sozusagen die meisten Änderungen im Multiplayer, wie zum einen gibt es Winterkisten, bei denen man neue Sachen wie neue Waffenvarianten oder auch Waffen bekommen kann, die eben jetzt nur bei diesen Winterkisten erhältlich sind. Dann ist es auch noch so der Fall, dass das Hauptquartier sich so winterartig verändert hat, wie zum einen steht in der Mitte ein Weihnachtsbaum oder es ist überall Schnee oder auch Weihnachtsbeleuchtung. Und zum Beispiel gibt es noch eine weitere neue Karte im Multiplayer und zwar Winter Quarantan, auf der Karte sich dann einfach Schnee befindet und es dort auch einfach schneit. Aber auch im Summer-Modus gibt es dank diesem Event ein paar kleine Sachen und zwar drei neue Waffen, die man aus der Kiste dank des Events ziehen kann. Zum einen gibt es das Gewehr 43, eine Waffe, die Leute, die World at War von Twerak schon gespielt haben, schon kennen sollten. Und zwar ist dies eine Einschusswaffe, also so ähnlich wie die M1 Garant, nur ein bisschen schwächer. Wenn man diese dann auch Packer Punch, ist diese aber im Gegensatz zu der M1 immer noch Einschuss. Und was auch noch ein bisschen komisch ist, ist, dass diese zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Packer Punch Tarnung besitzt. Ob das jetzt gewollt ist, bleibt aber fraglich. Und zuletzt kommen wir dann auch noch zu dem Namen der abgegradeten Waffe und zwar lautet diese Barossa-Schlag, was wohl eine kleine Andeutung auf die Zombie-Geschichte rund um den deutschen Kaiser Friedrich Barbarossa und sein Schwert sein sollte. Als nächstes haben wir dann noch die GPMG, also das General Purpose Machine Gun. Dies ist dann eine vollautomatische Waffe, die man, wie der Name es schon verdäht, zu den leichten Maschinenwaffen zählen kann. Die Waffe selbst ist von der Stärke eigentlich ziemlich mittelmäßig, ist also nicht zu stark und auch nicht zu schwach. Und vielleicht aus diesem Grund hat sie wahrscheinlich auch den Namen, wenn man diese puncht. Und zwar gut genug heißt sie dann, denn auch wenn man sie puncht, ist dieses LMG nicht wirklich stark, aber auch nicht schwach. Und zuletzt bleibt noch zu sagen, dass sie im Gegensatz zu der Gewehr eine Packer Punch Tarnung besitzt. Und die letzte neue Waffe ist die Maschinenpistole und zwar die Stan. Denn diese Waffe erinnert ein bisschen an die Bootlegger aus Shadows of Evil und ist eigentlich so gesehen eine andere Version der Typ 100, da diese MPs sich zum einen vom Aussehen nicht wirklich stark unterscheiden und auch nicht von der Stärke. Gepuncht heißt diese Waffe dann La Resistance und ist auch nicht unbedingt die beste und stärkste MP, die man haben kann. Und nebenbei noch gesagt, hat diese Waffe auch keine Packer Punch Tarnung. Und das war es jetzt erstmal zu den Sachen, die dank des Winter Events in World War II Zombies hinzugefügt worden sind. Ob diese dauert bleiben oder nur während des Winter Events, weiß ich leider auch nicht genau, aber ich denke schon, dass diese nun auch in Zukunft im Spiel spielbar sind. Außerdem gibt es noch eine weitere Zombiesache, die jetzt nun hinzugefügt worden ist. Aber hierzu gibt es nur eine kleine Sache, die ihr hierzu haben müsst. Entweder müsst ihr Twitch Turbo Kunde auf Twitch sein oder ihr müsst Amazon Prime Kunde sein, denn dann seid ihr eigentlich auch zugleich Twitch Prime Kunde. Und zwar ist es nun, dass man nun im Dezember während des Winter Events immer wieder durch Twitch neuen Content für Call of Duty World War II bekommt. Das läuft dann auch im fortlaufenden Jahr immer weiter so. Pro Monat bekommt man immer wieder Loot durch Twitch Prime für Call of Duty World War II. Und die erste Sache, die man jetzt auch schon seit dem 8. Dezember halten kann, und zwar für den Zombie Modus, ist eine exklusive Tarnung mit dem Namen Bomb Voyage. Und die auch animiert ist und nicht wirklich schlecht aussieht. Das Ganze seht ihr auch hier jetzt gerade im Hintergrund und zusätzlich erhält man dann noch zudem zwei Winterkisten mit drei Dingen, die nur während des Winter Events erhältlich sind. Wer jetzt aber diese Sachen haben will, aber noch kein Twitch Prime Kunde ist, der kann sich für 30 Tage eine Probe Mitgliedschaft holen und diese natürlich wieder kündigen, falls man natürlich nur die Zombie Tarnung haben will. So, und nun will ich euch noch kurz erklären, wie das Ganze geht oder beziehungsweise wie ihr das Ganze für eure jeweilige Plattform holen könnt, wenn ihr eben Prime Kunde seid. Und zwar müsst ihr als erstes zu callofduty.com slash de slash gehen. Den Link dazu findet ihr natürlich auch in der Beschreibung von diesem Video. Und zwar müsst ihr euch auf dieser Seite erstmal rechts oben anmelden. Entweder habt ihr schon einen Call of Duty Account oder ihr erstellt euch einfach einen. Solltet ihr jetzt nun eingeloggt sein, klickt hier nochmal rechts oben dann auf euren Namen. Und dort müsste dann dieser Punkt sein, wo steht verknüpfte Konten. Klickt da einmal drauf und dann seid ihr auf einer neuen Seite. Und auf dieser Seite könnt ihr euch jetzt mit eurer jeweiligen Plattform verbinden. Das heißt entweder Playstation, Xbox Live oder auch Steam. Das heißt, wenn ihr noch nicht mit eurer Plattform verknüpft seid, dann macht dies jetzt nun. So, und wenn ihr jetzt nun das alles gemacht habt, geht nun auf den anderen Link, den ich in der Beschreibung verlinkt habe. Denn dort könnt ihr jetzt nun euren Twitch Prime Loot mit Call of Duty verbinden. Wenn ihr jetzt nun auf dieser Seite seid, klickt als erstes mal auf anmelden oder registrieren. Und falls ihr ein Twitch Prime Konto habt, könnt ihr nun dieses als erstes mit Twitch Prime Loot verbinden. Habt ihr nun das Konto autorisiert, kommt ihr wieder zurück auf diese Seite. Und nun müsst ihr noch euer Call of Duty Konto mit Twitch Prime Loot verbinden. Geht nun auf das Action Needed, also auf den Text, der blau hinterlegt ist. Und ihr werdet nochmal auf die Call of Duty Seite weitergeleitet. Hier könnt ihr euch jetzt nun nochmal mit euren Call of Duty Daten oder eurem Account anmelden. Und diesen dann auch wieder autorisieren für Twitch Prime Loot. So und habt ihr dies jetzt nun auch getan, werdet ihr nochmal zurückgeleitet auf die erste Seite. Und ihr könnt jetzt nun auf der rechten Seite den Loot, also die Tarnung und die zwei Kisten, für euren verlinkten Account abholen. So und das letzte, was ihr jetzt noch machen müsst, ist einfach das Spiel starten. Also wo ihr das Ganze jetzt nämlich verlinkt habt. Ich habe das auf der Playstation gestartet. Dann startet ihr den Multiplayer, geht in das Hauptquartier und geht zu der Poststelle. Denn dort könnt ihr zum einen die Zombie Tarnung jetzt abholen und zum anderen die zwei Kisten. Wenn ihr jetzt natürlich die Zombie Tarnung im Zombie Modus haben wollt, geht einfach in das Hauptmenü. Geht dort einfach auf die Waffenvarianten und wählt dann diese Tarnung einfach für jede Waffe aus. Und ihr habt sozusagen diese neue Tarnung im Zombie Modus. Und somit war es das jetzt eigentlich auch schon wieder zu diesem Video mit dem Winter Event. Was es alles Neues im Zombie Modus gibt. Ich hoffe natürlich euch hat das Video gefallen und auch weiter geholfen. Bis zum nächsten Mal. Euer Reaper.